Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Hier wird auf diesem Fall von Gleichem. Denn der gleich fragt sich immer, warum sind wir eigentlich im gleichen Fenster? Ich glaub, die Kamera kennt mich eh wieder nicht mehr, oder? Ja, ne. Naja. Macht keinen Unterschied. Ah, jetzt. Okay. So. Du guckst in die komplett andere Richtung. Ne, jetzt bin ich dabei. Jetzt bin ich. Du und, äh, du bist ich. Hallo Leute. Na? So, okay. Na ja gleich. So. Ja. Wenn ich den Shop da seh, ja. Gucken wir mal. Also. Cloak Shadow. Cloak Shadow. Den haben wir gestern schon bewertet. Mary Marauder. 10 von 10. Jo. Jo. 10 von 10. Jo. 10, na. 7 von 10. Jo. 2 von 10. Nein. 7 von 10. 6 von 10. Was? Das ist die Sche... Okay. Da sind aber, äh... Ach so, okay. Gut, okay. 3D Süßigkeiten drauf. Wreck Raider. 3 von 10. Äh... Ja. 7 von 10. Nein. Wie viel? 0 von 10. Das ist doch... Da ist doch was drauf. Da ist doch rote Farbe drauf. Toll. Rote Farbe. Die krieg ich da auch drauf. Ich sag... 0 von 10. 0 von 10. Also. 0 von 10. Ja. Da bin ich... Sorry, aber das ist wirklich 0 von 10. Ich finde auch tatsächlich sieht schlimm aus, ja. Äh... 4 von 10. 4 von 10. 4 von 10. Ja. Passt. Jetzt gucken wir uns mal den neuen. 1 von 10 zu mal. Das hätte bestens gehen dafür. Nein, da lass doch mal mit dem. Mit dem, du bist so gut. Das doch... Noch nicht mit dem, du bist so gut. 5 von 10. Nein, das sieht doch nicht gut aus mit dem schwarzen Ritter. 5 von 10. Nein! Das soll doch auf alle... Es soll nicht ganz passen. Das sieht nicht mit dem schwarzen Ritter gut aus. Mach es mal mit dem, mit dem Jeti da. Mit dem Jeti da. Mit Trockenen, lässt ich auch. Mach mal mit dem. Da sieht's gut aus. aussehen. Da sieht es echt cool aus. Aber diese Emote sollte auf alles Gains passen. Also auch wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, den hier rannehme. Bei dem Pferd sieht es sogar echt aus. Also Lama sieht es tatsächlich auch gut aus. Okay, so machen wir mal hier. Da sieht es scheiße aus. Aber auch weil der Skin scheiße aussieht. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja. Bei dem Lama ist es ganz cool. Das ist DJ Yonda, der sieht immer schlimmer aus. Mal da unten mit der Glühwein-Expertin. Glühwein-Agentin. Oder mal mit unserem Link-Kunstgenie. Mal mit der Vampirella. Ach du Scheiße. Da mit der Heidi. Hab ich schon nicht. Hab ich schon nicht. Hab ich schon nicht. Aber die Dings, du hast das Rot-Caption. Red Ridinger. Nee. Ja Leute, was soll ich dazu sagen? Also wenn das ein Lama ist, äh... Warte mal. Sieht das scheiße aus. Und dann machen wir mal so weiter. Was? Ich weiß ja, beim Wolf sieht das irgendwie ziemlich komisch aus. Also. Können wohl daran nicht, dass es ein Wolf ist. So. Wie ein Raben. Oh. Nimm Ragnarok. Ja, aber da musst du schon den ganzen... Nee, der sieht so aus. Ich mag den Ragnarok nicht. Machen wir da den Weihnachtsmann. Nimm mal Omega. 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 Was? Oh ne. Ich hab ne gute Idee. John Wick. John Wick. John Wick. John Wick. John Wick tanzt. Ja was? Den da. Den hab ich zu seltener Lama. Das war jetzt Lama. Ja, Lama. Ja, Lama war eigentlich so die... Die coolsten... Ach du Scheiße. Stimmt das noch. Ja, Lama war eigentlich so die... Bei dem sieht's auch gar nicht mal so schlecht aus. Okay, ich hab ihn mir weg. Doch, bei dem sieht's gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht aus wie ein Pokémon auf Drogen, ey. Ja. Es gibt den Sinn von X11 was höchenswitzig ist. Den mit anderen rum zu probieren. Ja, also es kommt drauf an. Also ich sag jetzt mal, je nachdem mit welchem Skin gebe ich den 9 von 10 oder eben 6 von 10. Okay. Dann hab ich dir geschenkt. Du musst 10 von 10 geben. Hm. 10 von 10. Ich hab's dir geschenkt. Ja gut, dann 10 von 10. Okay, alles klar. Also wenn ich das Video gemacht habe, dann bist du tschüss.